Musik 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 Die 100 Tage sind sehr gut Ich habe das Gefühl, dass die Zeit super schnell vergangen ist, wenn man überlegt, dass ich im Februar erst angefangen habe und jetzt ist schon bald Ende Mai und ich bin schon vier Monate hier, das ging alles sehr schnell und die Zeit ist sozusagen geflogen. Ich habe mich sehr gut eingearbeitet, habe auch das Gefühl, dass ich zunehmend sehr viele Aufgaben selbstständig bewerkstelligen kann und das Team hier ist super nett und ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl. Ich bin im Backoffice tätig, das heißt ich habe den persönlichen und telefonischen Kundenkontakt und arbeite, oder Frau Kugelmann auch, wir arbeiten unserer Chefin, Frau Dorte Hausmann, zu, dass sie vornehmt nicht mehr so viel Bürokram machen muss und viel auf Außentermin sein kann, was ihr Aufgabenbereich, ihr Aufgabengebiet ist. Und wir sind einfach dafür, ja, dafür zustande ich im Backoffice, dass alles am Laufen bleibt. Ich habe eine Ausbildung auf jeden Fall gesucht nach meinem Abitur und die Hausmann Immobilien kamen sehr sympathisch und nett drüber und deswegen habe ich einfach mal, wollte ich diesen Bereich mal ausprobieren und ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Wir arbeiten sehr gut im Team zusammen, stimmen uns auch immer ab, wir machen auch einmal die Woche eine Besprechung, ein Fix-Door nennen wir das, um zu besprechen, was diese Woche ansteht, wenn irgendwelche Fragen sind, was geklärt werden muss, was dringend ist, was noch warten kann und das läuft sehr gut. Wir arbeiten beide in der Verkaufsabteilung, das ist hier im HIT, die Verkaufsabteilung. Wir haben, sag ich mal, nur telefonisch mit unseren Kollegen in der Vermietung Kontakt. Ich kann in meiner Ausbildung noch in die Vermietung und die Verwaltung reinschnuppern, aber mein wesentlicher Bereich ist hier in der Verkaufsabteilung. Ich finde es einfach interessant, mit den Objekten zu arbeiten. Ich finde die Vielfalt an den Räumlichkeiten und den Objekten einfach sehr interessant. Und ich habe auch gleich zu Anfang zu Herrn Hausmann gesagt oder gefragt, ob ich auch mal im Außendienst eingesetzt werden kann, weil ich Besichtigung oder Preiseinschätzung vielleicht mal mitmachen möchte. Und das finde ich so interessant an der Branche. Durch den Shop können Sie durch unsere Shop-Auslage auch die Immobilien sich angucken. Ich denke einfach, das ist auch ein großer Vorteil und ich denke, so ein Shop ist auch ziemlich wichtig heutzutage, dass man einfach reinkommen kann und so diesen persönlichen Kontakt noch verstärkt. Mir bringt es total Spaß, hier zu arbeiten. Ich habe vor der Ausbildung oder vor meinem Praktikum, habe ich eigentlich gar keine Erwartungen an eine Ausbildung. Also ich hatte keine Vorstellung von einer Ausbildung. Ich hatte noch keine angefangen und noch nicht so viel reingeschnuppert. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich hier bin im HIT, in der Verkaufsabteilung, weil ich einfach so gut hier aufgenommen worden bin. Ich war gleich eine wichtige Mitarbeiterin als einfach nur ein Auszubildender. Ich war keine Auszubildende mehr. Ich bin eigentlich schon eine richtige Mitarbeiterin und deswegen ist der HIT hier oder das Team eigentlich perfekt für den, der neu einsteigen möchte.